alle kommen auf den berg hinter dir wie geil der beleuchtet wird und bei uns ist schon dunkel hier unten ja mega geil alter holy shit sind eigentlich die dörfer gute lootspots gibt so ein geiles zeug also wahrscheinlich seile und vielleicht klebeband ja klebeband ist eh ich weiß nicht wo wir die brücke machen nein nein nicht hacken du spacken ich kann hier doch vorhin stehen war da wieder da bap bap okay es wird dunkel ja das ist nicht so gut müssen wir noch mal pennen wir in den letzten Nächte immer angriff gehabt jetzt werden wir meinen nachtglück haben das sagst du doch nur so ja ja ich meine das gar nicht so ich will dir nur gefallen oh what the hell wie geil das aus wenn ihr leuchtet mit den halben Stämmen ne ist das so richtig schön nicht nur halbe Stämme sondern einfach von meiner Seite aus die Glühlampen die leuchten einfach so krank vor allem mit HDR das sieht also das muss man echt sehen das leuchtet richtig krass und der hintergrund ist so dunkel ich glaube das müssen wir generell auch noch übel upgraden wenn wir halt die Base haben und so die Mauer steht dann kann man anfangen alles zu beleuchten dass das richtig schön auch wenn es nacht ist dass da drin überall man was sehen kann aktuell ist ja nur so dass du wenn du oben bist was siehst aber dann siehst du auch nichts was unten im Haus ist weil das Licht da gar nicht hinkommt das ist ja ein bisschen schlecht außer innerhalb möchte ich Elektrizität haben und draußen draußen also quasi so neben der Mauer möchte ich viele Totenköpfe haben die das beleuchten wir haben jetzt die Totenköpfe das ist auch geil ja okay Treppe ist ein bisschen fertig ist auch Virginia da oder ganz hinten wo ist die denn da kann man eine Treppe aus Stein bauen mit Sicherheit aber ich will das jetzt ich reiß das doch kurz ab sie rennt zum Gokard glaube ich zum Golfkart so die ganzen jungen ja man kann legit wollen wir vielleicht eine Steintreppe Richtung Brücke also ich finde Holz sieht smooth aus Stein sieht ja so wirklich so altbaulich aus ja also ich fände das so geil wenn wenn Stein auch geil aussehen würde aber es tut es halt leider nicht das ist halt schon ein bisschen crappy immer ja das stimmt allerdings ja das ist ein bisschen schade dann könnte man so viel mehr mit Materialvielfalt arbeiten aber es ist halt am Ende tatsächlich einfach Holz ist halt das Beste bisschen wie bei Minecraft früher so in der Alpha was einfach immer mit Holz gebaut immer mit demselben Holz und einfach so ein Glas und dann ganz normal Stone mehr gab es eigentlich an Vielfalt hm ja das stimmt wohl what the fuck oh oh das Spiel hat das gerade nicht gecheckt Alter wenn Tag wäre ne wo du sehen könntest wie viele Bäume hier gerade gefällt sind wo sehen wir weit nicht so krank aus warum denn ich ich weiß nicht oder so eine Vermutung okay oh mein Gott das ist ein Panzer weißt du was was ich nicht weiß nein jetzt nicht dass irgendwie der Twee Gott oder sowas spawnt nein 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 ja wie bei Traria oder so wenn du da halt zu viele Torches an einer Stelle platzierst das dann Torchboss ein Miniboss spawnt Torch God der tatsächlich ziemlich useful sein könnte ich dachte das wäre super useless aber dein Glück erhöht sich auch mit der richtigen Fackel im richtigen Biom ja mhm ich bin ja so ein äh ich skill gerne auf Glück ne Isaac, Terraria, Fischen ja aber ich brauch Glückspotion Glück ist auf jeden Fall geil ne weil du hast ja meistens immer Pech mit den Spielen deswegen brauchst du halt das deswegen brauch ich noch viel mehr Glück ja so zwei weitere Holz Stammlager müssen ran die drei sind voll ich kann nur 20 Stöcker tragen ich hab keinen Platz aber ich kann zwei ganze Baumstämme tragen genau so muss das so ich glaube ja ich glaub's ich kann anfangen boah ich glaub das wird kein Smoover das wird nicht smooth oder fuck warum ist denn der jetzt so so agri das ist doch ein halber und das ist ein Dreiviertel 40 Stöcker für so ein Lager ne ich muss da für jedes einzelne Lager muss ich zweimal hin und her die egal wir haben keine Stöcker mehr weil die Lager einfach so teuer sind scheiße Alter wir hatten noch grad noch voll viele Stöcker ja warum ist die Bücke so cursed fucking fuck fuck das Ding ist halt äh diese Lager fassten 30 Stöcker und ein großes Baumstammlager braucht halt 40 ja Kevin ruhe dich nicht aus du musst gerne musst wieder steile Stämme sammeln bitte hol Stämme und Bälter füllen let's go ich hab neue Behälter gemacht du denkst du bist fertig nee ich hab mir Lager gebaut na perfekt und ich hab keine Stöcker mehr ja super holen wir dann jetzt Stöcker her muss ich mal eben ne Fackel rausholen jo und in den Wald oh Gott ich kann kaum im Wald rumlaufen weil hier alles voll mit toten Holz ist so ich hab mir einen Fisch zugeworfen und mach Daumen hoch worth nein ich hab kein Grid mehr zack ja ist gut ich hab's wieder mach die Fackel weg ich seh sonst nix Augen gewöhnt euch kommen hier halbe hin nee da kommen auch keine halben hin oder einmal pennen äh Moment fuck ja ich muss hier gleich gucken gerade bist du wieder so ein bisschen äh so deine deine Textur so hinterher gezogen cool weiß nicht ob das irgendwie einfach so ein Performance Ding ist das das manchmal so ein bisschen einfacher ist naja kann jawoll oh ach achievement this place isn't so bad survive day 25 oha 25 Tage sind wir schon oh mein Gott sieht das geil aus mit paar DR ähm kannst du mal bitte also hör mal auf so rum zu fuchteln besonders mit der Axt also das ist ja was soll das besser nö wiii ich fliege wiii immer noch what the fuck geh mal hoch ich fliege alter stärkste Beine der Welt immer noch ja jetzt nicht mehr jetzt ist alles mehr gut jetzt bin ich nicht mehr geflogen Digga wie das aussah voll Spike hallöchen er grüßt uns oh hi hei 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 welches Reh kreischt denn dahin ich geh mal auf Fleischjagd glaub ich immer mal ein bisschen ein bisschen Fleisch wir haben nämlich fast gar nichts mehr hier hab ich was in Metall ne warum 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 baut der das so wie viel Speere hab ich wie geht's euch mir gut wie geht's euch mir gut mir geht's auch gut die mal äh ja ich bin nur gleich müde ja also auch daran dass heute schon Donnerstag ist und ich ja ich schlafe generell kaka deswegen das ist der vorletzte Tag ah ich bin auch die letzten Tage einfach viel zu wenig gepennt weil ich einfach zu spät bin und dann will ich jeden Monatmorgen trotzdem einfach nur so 5-6 Stunden aufstehen weil ich dann denke okay dann bin ich abends wieder so müde dass ich doch früher ins Bett gehe tue ich aber dann trotzdem nicht und deswegen hab ich die letzten 3-4 Tage locker 2 Stunden Minus äh an Schlaf also mein Schlafkonto ist sehr hart im Minus du hast ein Konto wenigstens wie ich sag mal nicht ein Schlafkonto ne schon halt was alter 1000 und äh 68 höh wer hat ein Easy ey Nappa ja Nappa und der geht auch ist der L Nappa ja hab ich schon gemacht ich glaub die hab ich nicht mehr richtig muss ich mal gucken die hast du nicht also ich hab die wahrscheinlich irgendwo rumliegen aber ich benutze die halt nicht ja ich benutze die auch nicht also aber ich hab das schon gemacht aber ey das Easy ist geil was sagst du zu dem man weiß zwar noch nicht viel aber was sagst du dem Super Easy äh hab ich noch gar nichts zu gesehen weil ne grundsätzlich ist es halt so unbedingt nötig so das wird definitiv gebraucht mhm no da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen oder soll ich das nochmal wiederholen nö ich hab dich gefragt und da konnten wir glaube ich nicht weiter schnäggen achso ja also ne ist ja generell das ist ja weird so wenn du wenn du ein Easy Air hast machst du ja ne für alle die Doka nicht spielen ähm Easy Air ist Extreme Z Area ne Doka Awakening Awakening ja ähm und damit kannst du halt Charaktere nochmal verstärken so die damals die outdated sind so die damals waren die vielleicht stark heute sind die aber useless und komplett kacke und kannst du gar nicht mehr spielen und deswegen kriegen die ein Easy Air wo die halt doch stärker werden und äh ja damit sind die wieder ein bisschen spielbarer was meistens nicht aufgeht bei ein paar schon bei den meisten wird es einfach nur von übelst kacke zu nur noch ein bisschen kacke aber trotzdem an Spun spielbar deswegen ist das meistens ziemlich useless aber jetzt äh es wurde war bisher immer das Limit ne dass du halt sagst ey einmal Easy Air und dann hast gesehen ja das ist halt scheiße und dann war's das so da wird nicht mehr kommen jetzt kannst du die Easy Aten nochmal Easy Aten irgendwann kommt da super super Easy Air äh super zwei Easy Air Alter das ist da müssen die irgendwann aufhören damit das wird äh ne ich wusste ich dachte dass das nie kommt so deswegen bin ich eigentlich voll erstaunt also ich wusste dass das irgendwann kommt safe äh aber ich war mir nicht sicher ob das dann Super Easy Air oder ob das eine ganz andere Mechanik wird weißt du dass die Easy Air für sich stehen lassen aber dann eine ganz andere Mechanik dahinter packen wie dieses Ding mit diesen Potential Orbs dass die halt dadurch äh diese Anniversary Charaktere noch ein bisschen verstärkt haben das ist ja auch eine Art von Easy Air aber anders ja sowas irgendwie dass sie sich irgendwas anderes einfallen lassen das hätte ich eher gedacht oh ich kann aber in Babys Hackebeil ah endlich renn nicht weg bitte komm her ich will doch einfach ich weiß ich wollte die ganze Zeit Waschbären finden aber er läuft durch den Wald und ich hab keine gefunden ja komm der ist weg der ist gone von Hunter x Hunter der ist gone das finde ich ja zum kill the one ach oh jetzt kann ich hier was zeigen guck mal du bist weit weg fuck na so weit weg bist du auch nicht doch du bist weit weg oder Mist ach scheiß ich würde dir einen Zaubertrick zeigen egal ah da erschreckt mich nicht Frau wir sind da heute hier am Tisch sägen alter ja hier ist gewöhnt gearbeitet ich bin schon gleich wieder weg was bist du halt achso du musst aber wir haben doch gut gespielt also ne müssen wir überlegen dass wir vielleicht auch schon gleich sagen wann wir vielleicht wieder weitermachen das wäre glaube ich ganz cool wenn du wieder Zeit hast ne so zwei Stunden reicht ja auch ja wenn du das oft machst dann passt auf jeden Fall ja also Freitag also morgen vielleicht da hatte ich eigentlich noch vor was anderes mitzuzocken vielleicht findet mich da Zeit Samstag habe ich keine Zeit und Sonntag ist halt Faktorio und danach weiß ich nicht ob ich dann noch Bock auf Forest Sonntag ist eh danach haben Stefan eigentlich schon Space abgemacht also das wird auch lange gehen denke ich weil Stefan hat ja meistens der hat ja montags auch frei von daher wird das lange ich will dir was zeigen achso ja ich bin immer noch so auf Waschbärenjagd aber ich finde hier keine ich glaube ich muss wirklich um den See rumgehen da waren viele also eigentlich ist das eigentlich ist das wirklich nichts besonderes bloß ich stehe hier halt ganz woanders und platziere da Baumstämme das sieht halt dumm aus oh Gott alter was ist denn hier los Digga Kinderparty Digga Smallland ich sag's doch jo ich seh's gerade der Kindergarten hat geschlossen komm nicht rein irgendwie viele auf einem Haufen das heißt auch irgendwo dass die Mutter hier ist ich komme immer ein Kombo Kombo ich glaube ich hab die gerade alle gebrannt schottet mit dem Speer so außer der ja der springt mir sonst hinterher keine Ahnung wo die Mutter ist und zwar guck mal da wo du stehst ja warm das hast du mir doch schon mal gezeigt hab ich ja okay gut ja ich geh dann wieder ne danke ja aber wie findest du bis jetzt die Brücke ist jetzt mit angepasst okay ja einzige was ich noch machen könnte also ich find das was ich an der Befürchtung hatte dass halt der Eingang zu groß ist für diese kleine Brücke es sieht halt einfach zu groß aus finde ich die Öffnung aber das ist halt schwierig das anders zu machen das ist halt das einzige aber das war halt klar ne als wir überlegt haben dass wir es jetzt so machen oh Gott der ist immer noch am Leben hier komm spieß dich auf ich bin in die Krabbelgruppe mit dir Liga Krabbelgrupp ja Junge hier liegen über tote tote Babys wo auch immer die Mutter ist Alter safe vom Aldi um die Ecke in der Spilo in der Spilo guck mal ja jawoll guck mal her das wäre noch oh das ist Kevin was ist das denn ein Tor oh mein Gott das ist ja gut das könnten wir vor dem Dings bauen vor dem Tor also vor ja aber Problem ist jetzt haben wir halt drei gemacht es ist unsymmetrisch ach kacke nee wir lassen es offen ich glaube da ja das ist das schwer dafür hätten wir hier wirklich nur eine offen machen müssen aber wenn hier direkt auch die Brücke ist dann können wir das ja auch nicht in die Richtung öffnen das kann man höchstens auf der anderen Seite aber da muss man da auch noch viel mehr drum bauen dass das gut aussieht nee sehe ich nicht ich glaube einfach offen lassen hier können wir ein Tor reinklatschen dann sind wir hier halt safe weil die können sonst über die Brücke laufen ja das geht das können wir machen wenn ich das jetzt hier angedockt kriege am besten wäre natürlich wenn wir irgendwie die Brücke zur Mauer irgendwie im Haus machen könnten dann könnten wir uns da unten alles verriegeln und dann auf die Mauer gehen und von da aus verteidigen so rein technisch taktisch gesehen aber das ist halt schwer weil da müssen wir irgendwie was aufmachen oder es noch weitermachen also das ist so aufwendig ja ja da musst du mal gucken ja ist schwierig aber die Option ist da dass du ein Tor bauen kannst ja finde ich gut könnte man auch irgendwo hin platzieren tatsächlich aber ich weiß nicht was zuerst kommt vielleicht auch erst das Tor Tja was war zuerst da das Tor oder die Mauer ja ich bin ja verfälschter der Mauer ach kacke was macht mein Charakter da das war ja richtig useless okay die Brücke ist fertig schiebt schon ohne chibi chibi chapa chapa dubi dubi wabawaba ich kenn den Text nicht weiter ui das sieht so aus mit diesem einen pümmel der Oma an der Dachspitze hab ich auch nicht vergessen die Antenne wann hast du den denn da hingesetzt das war das war früher als ich das Dachzuhende bauen wollte da hast du Seil hingeschossen so lange ist das hab ich das heute die ganze Zeit übersehen what the fuck ja ich ich hab auch nur so nebenbei mal gesehen what the fuck das also das hä wie hab ich das übersehen Digga das ist ja ein Ding alter hm das sieht cursed aus das sieht sehr cursed aus oh warte mal kann das sein dass die ah das ist doch hier bestimmt ah ja Treppen nicht nur Rampen ich glaub wir müssen nur Rampen nutzen das ist richtig wieso wenn du wenn du von der anderen Seite aus hier hier hoch sprintest dann hängst du dir immer fest an den Brettern du rennst da nicht von der anderen Seite ja du rennst da nicht smooth hoch das ist doof ah schade ey ja ich glaub das muss das muss sonst ne Rampe sein aber wie mach ich das rampig da muss ich glaub ich die musst du abbauen dann einfach rechtsklick drücken da hast du ne Bauoption ok also das nur was geht halt erstmal alle abbauen ja erst alle abbauen du kannst keine Rampe und ja im selben bauen ich probier hier mal ein bisschen was aus ok so das sieht so 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 afig aus fisch findest du das da können wir den Stein wenigstens abdecken also es ist jetzt komplett hingeschissen können wir das hier zudecken und hier deckst du das mit so nem Querbalken zu dann hab ich hier natürlich so ne hässliche Ecke aber vielleicht kann man da was taktisch hin lassen ja ist das beste was wir machen können damit damit der Stein halt weg ist naja besser geht's glaub ich nicht und wir müssen auch so ein bisschen Platz haben wenn wir die ganze Ecke noch bis hier rüber machen dann ist es ein bisschen eng hier pass mal auf also find ich gut ähm tschak dimm hier guck 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 und zack ja 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 es ist so voll wie es nur geht halt ne ja wow ja wo willst du denn hin kein Freund oh oh Freund versteck dich na bleib mal her na ja aber kaum bin ich durch den Wald gelaufen ne gibt's da keine Waschbären mehr die sind nur hier am Fluss am See mhm das Ding ist wenn man halt schön bauen möchte muss man am Anfang schon ein richtiges Grid machen weil jetzt haben wir z.B. wir bauen das halt oben wegen den Steinen und so weiter ja aber das kannst du auch nicht es ist halt trotzdem so schön wie es nur geht wenn wir den Stein nicht bedecken oder da nichts mitmachen würden dann würde es noch hässlich aussehen also wir können halt nur damit arbeiten was wir hier zur Verfügung haben ne ja wenn ich nochmal neu anfangen würde würde ich mir glaube ich auch einen besseren Platz aussuchen ähm sowas wie wie diese Seite hier irgendwie weißt du auf der anderen Seite da wo wir ganz Holz gefällt haben weil da viel das viel flacher ist Nico und ich haben dort gebaut da hinten quasi da wo die orangen Büsche anfangen zu wachsen die zwei da hinten ja links da ist auch gerade wahrscheinlich ne ne da ist auch wir haben normalerweise wenn ich so ein Haus baue hier haben wir das ja auch gemacht haben wir eine Foundation nach oben gebaut und dann immer mit einer Treppe nach oben und dann immer weiter erweitert aber hier haben wir halt nur ein bisschen hochgebaut weil wir den Steg mitnehmen wollten ja aber okay das ist immer noch Calvin ja guck mal wie viel Holz das ist krass Junge gönn dir mal ne Pause nicht dass du schon umkriegst also ne drei Lager hatte ich gefällt an Bäume und das eine Lager das hat er jetzt gerade von alleine entweder aufgesammelt oder halt auch gefällt ah Azubi ja ja ist völlig fein das ist du hast du trotzdem gut gemacht gut kommst du sonst zum Ende ja ich will kurz dass sie noch dich machen die Ecke ja wir kennen dich ja ich mach gleich Schluss ne und dann immer und immer weiter und dann noch einen und auch einen du schnackst zu viel er hat das gerade geleckt in der Luft ne ich hab genauso hier auf Windows gegangen und dann hab ich das Spiel kurz ein Baumschrank reicht glaube ich nacht nach Buch Buch ne du waschbeeren nein es reicht doch nicht ganz ein Baumschrank du waschbeerensohn Digga hm sind die ich muss ja kurz was vom Feuer holen bau den da hin schau das so aus aber du würdest doch schon sagen dass der Großteil des Spiels halt daraus besteht dass du halt baust oder ja so wie Minecraft ja du hast ja ein bisschen Story du hast ein bisschen was zum sammeln so aber hauptsächlich ist es glaube ich einfach bauen jup 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 ja doch da hm das könnte man ja Daumen hoch was könnte man hier hin bauen oh hab ich ihn erwischt ich weiß nicht das wär sick na komm ja ich hab ihn erwischt oh schön im Bogen er zappelt er noch das ist glaube ich oberkirchen Vogelhäuschen oder kannst du gleich wieder abreißen wenn du Bock hast na virginia erstmal ruhig den Waschbeerenkopf genau gönn dir das ist glaube ich oberkirchen also das ist der beschissenste Platz für ein Vogelhäuschen die wollen chillig die wollen in Ruhe haben und das hier ist mitten in der Hauptbahnstraße äh in der Einbahnstraße von unserem ganzen Haus also eigentlich da wird niemals da wird niemals ein Vogel sich denken da niste ich Digga kannst du den wegbauen ja ich finde auch nicht dass der hier so gut aussieht hier müssen wir irgendwie eine Fackel oder sowas hin machen oder eine Bank ja oder ich guck grad ein Stuhl könnte man kannst du die Bank wegreißen ja klar ein Police Stuhl könnte gehen ja der ist der passt da nicht das da also das sieht einfach nur antiklimaktisch aus Digga ja reiß den weg achso C ja noch ein Stuhl könnte gehen ja wenn der nicht passt reiß den weg ich hab ein Déjà-vu ein Lederstuhl könnte gehen oh Gott Diggi ne hör auf mit Stühlen das ist das glaub ich nicht das einzige was wirklich gehen würde wie du schon meintest ist hier so ein Pimmel ja schön Pimmel rein oder mach den mal kannst du den mal abbauen das geht tatsächlich jo ah scheiße so einen Totenkopf kann ich da nicht anbringen das geht nur an der Decke ne ja scheiße ja ich guck mal kurz ob wir noch irgendwas haben ah der Waschbäder links Möbel wir könnten tatsächlich hier so eine Art Teppich auskleiden guck mal bam also der trifft nicht ah der trifft das einfach nicht ach Gott ist das dumm sch scheiße bin ich ein Penner oh nein hab dich zedrick ja ich glaub ich hab ich hab Schmutz begangen Gott Moment fuck oh Gott ich find's gut oh man könnte das doch irgendwie lassen ja also passt aber das unten das weiß ich nicht nehm ich weg das ist Tierhaut das ist gut ich überleg grad welche ob wir den Kopf bisschen tiefer hängen oder welcher Kopf da noch rein passt ich hab noch Menschenkopf ja komm hier ja das ist gut und da drunter und da drunter ich erzähl euch ne gruse Geschichte ja das ist wirklich gut genau so scheiße Alter die gesamte Wand voller Köpfe oh mein Gott die du meinst die Wand die unsere Mauer hier oder ja zum Beispiel von außen oder so ja safe genau so mit so Köpfen und dann eine Fackel da drunter die so das das Ding kommt hier nicht her ich lass das erst mal so das hat irgendwie was warte dann mach ich das hier auch so dass ich die Fackeln hier ähm egal dass ich das da auch mache Deckenschädellampe nee Trophäenhalterung Junge wie viel Knochen haben wir hier hast du das über ein Trophäenhalterung ja das ist Trophäenhalterung mhm okay dann muss man das hier noch ein bisschen niedriger machen und die Trophäenhalterung da drüber kann man die Trophäen eigentlich spitz ausstellen das ist ein bisschen schwierig also quasi quasi hier oben muss man eben kurz einen Stamm holen ja dass ich ein bisschen einen Boden habe sonst kann ich das so schlecht immer gerade aussetzen äh ausrichten ja pass mal auf plopp hab ich dein gebaut wirklich so perfekt perfekt genau so aber äh vielleicht eher mit nicht mit drehen sondern mit anderen Köpfen weißt du dass die richtig schön wenn du hier wenn du auf und zu kommst dass du direkt von so Köpfen direkt begrüßt wirst die dich angucken ja das hab ich vor Moment das geil was hab ich noch für einen Kopf Schildkrötenkopf Waschbeerkopf Elchkopf Vogelköpfe Eichhörnchenkopf wie so ein Schildkrötenkopf Schildkrötenkopf Das sieht das cursed aus Digga Tutel Das ist schon süß irgendwie oder irgendwie schon ach die abgeschnittenen so andere Seite hast du noch einen Menschenkopf übrig vergammelten ne ich glaube ich hab die alle in meine Suppe gepackt nein ich hab keine auch die vergammelten ja ich hatte keine vergammelten mehr nur noch Schäden sonst Ja dann reiß ich den hier kurz ab Gucken wie das aussieht Ja geil Wenn hier überall so Menschenköpfe hängen Ja sieht fast nach Schlange aus ja irgendwie mit der Schildkröte auf jeden Fall das ist irgendwie Jo guck dir das an die wollen hier nicht rein Eigentlich müsste jetzt deine Fackel höher sitzen tatsächlich ein bisschen So muss das aber ist das ein generischer Kopf oder ist das halt dieser eine Kopf Sieht der immer so aus So weißt du von links und rechts du bist Ja mit so Armen weißt du Dass das so seine Arme sind Oh mein Gott Und rechts ist ein Vogel Das sieht zu behinder Das kann man als Kunst verkaufen Nein mein Kopf Warte Ich muss gucken dass ich die richtige Höhe erwische Kannst du auf den Stamm sonst drauf gehen da ist es gerade Ne ist es höher Ja okay warte Geh sonst auf den Stamm dann bist du genau gerade Hier daneben Ah Im Wasser Den hab ich nett gesehen Ja noch höher Ich muss den jetzt noch erwischen Warte So Zu hoch Noch ein Ticken weiter runter Wie viel höher Ganz bisschen nur Aber warte mal Der andere hier ist auch nicht gerade Muss ich mal eben Mittig setzen Hier So Der ist ein bisschen jetzt Warte ich Ich plötzlich meinen höre So ist der Anfang des Tuches Genau die Oberseite des Stammes So Ne Guck mal Höre tiefer Höre tiefer Tiefer So Siehst du wenn du das hinbaust Den Stoff Nein 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 Also ja ich sehe den Stoff Aber der ist bei mir nicht bündig Weil ich zu tief stehe Ja ja Ein Ticken tiefer Ich sehe es Ah ich sehe es an deinen Dings Stream So Noch ein Ticken So Ja sieht schon sehr gut aus Digger ist das Kommt nicht zu mir Nee Weißt du wer das ist Das ist hier von Family Guy Oh Der Typ der Wir haben Besuch Oh mein Gott Wie viele Wie viele Ja es tut mir leid Ich muss mal ganz kurz Kabum machen Rico Ja moin Und der Baum fällt Russian Woodcutting Oh der ist mein Kopf verloren Apropos wir können hier neue Köpfe sammeln Ja Ist gut Hat auch Vorteil Jo Virginia Jo Ledertasche Da fällt mir eigentlich auch ganz viele Ledertaschen Mach mit hier Kann man auch ein Menschenlager machen So ein Leichenlager War für ein Freund Alter das sieht so bescheuert aus Ja der hat einen Knochen Das muss er jetzt Thumbnail nehmen Ist eigentlich Knochenrüstung besser Oder Mutantenrüstung Mutantenrüstung Krass Ich dachte Knochen Also Knochen sind halt das härteste so Ja das Das andere sind Mutanten Ja aber Fleisch Ist immer noch Fleisch So Kann man Virginia irgendwo stationieren So Das wäre so geil Stell dich genau da hin Und dann von da aus Ist dir so ein Turret Alter Noch alle Arme in den Sacken Weil die Die chillt halt unter der Brücke Digga Da ist sie Denkbar Ungünstig Ja aber Auf die Brücke halt Dieser Kopf Heute würde ich davon träumen Das ist wunderschön Okay der rennt komplett weg Der will dispawn oder so Wie ist denn das so Guck mal Und dann hochbauen die Mauer Mir gefällt dir so ein Torbogen Quasi so ein bisschen inventiert Mäßig Komm von hier musst du es sehen Ja aber was meinst du mit hochbauen jetzt Äh die Wände ich hier Einfach nur hochbauen wo ich sitze Findest du das Ja Das hat auch schon was Könnte besser sein Ach der Ist der wieder gekommen Jetzt rennt er wieder Sag mal Ich hole die Fuck her raus Der Junge ist ja weit weg Ja Ich renne auch nicht hinterher Ne Bauer mal zu Ende Du wolltest schon längst aufhören Ja eigentlich Ich baue ja auch nichts mehr zu A la Calvin ist unter der Brücke Oh nein Ja die chillen ja alle Ah Mann ey Zubauen meine ich übrigens das hier Zack Quasi und dann bist du bis oben Können wir die Schräge hier auch noch nach oben Da die Schräge machen Dann ist das so ein So ein Karo Nee Ich denke nicht Nein geht nicht Weil die Schräge kannst du nur platzieren Quasi wenn ein Balken steht Dann kannst du erst die Schräge nach unten platzieren Aber so quasi invertiert Gespiegelt von hier Das geht nicht Das geht echt nicht Digga dieser Was ist mit ihm Der kommt immer hergerannt Und dann verpisst er sich wieder auf drei Kilometer weg Der sieht halt Virginia unter der Brücke Und er denkt sich dann Hm vielleicht ist sie weg Ich renne wieder hin Ah ne sie ist nur da Renne wieder drei Kilometer weg Opfer Opfers Virginia unter der Brücke Na gut also von mir aus können wir Okay Ich bin ready to go Gut dann guck mich mal an Wir sind umringt von Leichen Wir haben äh Das beste Das beste was die Menschheit je gesehen hat ey Wirklich Das ist das Warte warte bleib da mal sitzen Guck es dir mal an Guck es an Guck es ganz genau an Ja Ich seh es Ups Bleib stehen Der Winkel ist scheiße Ich krieg den scheiß nicht okay Na wo ist seine Glatze Wird's ihm ein Einhorn geben oder was Ne ich wollte ihn einfach abfacken Den toten Mann hier Okay Ja es ist Ich dachte ich hab's nur lustiger vorgestellt Ich krieg die Späte nicht mehr wieder Wieso nicht Weil ich kann E Drücken kann Jetzt Du musst immer auf das Auf das Symbol Dort rüber gucken Und nicht auf das Item selber Okay das ist ein bisschen fischig Jaja Ist ein bisschen weird Wie er aussieht auch noch So richtig So richtiger Montagsmensch Ja das Ding ist Der ist halt auch schräg nach unten gucken Das heißt wenn du von unten guckst Dann guckst du ihm genau in die Augen Anders geht es leider nicht Aber es ist trotzdem geil Gut Naja Aber so Wir sind auf jeden Fall Auf dem Weg der Verbesserung Da hinten kommen auch schon wieder welche an Egal Ähm Torbogen steht Relativ Muss noch gebaut werden Wir haben hier unten ein bisschen was gemacht Weißt du wir haben jetzt hier Drei Stunden haben wir jetzt gezockt Und wir haben eigentlich nur hier ein bisschen Boden gebaut Und die Wand Egal Das ist halt Was soll das Es dauert halt Ressourcen suchen Kann die Ballen wegschlagen Und sehr viel Konzeption Das ist wirklich das längste So überlegen wie man es baut Dann wieder umbauen Doch wieder anders machen Ja Aber das hier Der Boden Das wird einfach Das ist einfach nur Copy paste lang Und dann haben wir hier eine lange Fläche Wird ein bisschen Lager reingesetzt Weißt du Aber Ich benutze die Brücke Entschuldigung dass du jetzt zwischenreden Richtig gut Sehr gut Ja und dann beim nächsten Mal Wir haben einfach eine Beim nächsten Mal machen wir eine Höhlentour Ja Das machen wir gleich als erstes Würde ich sagen Nächstes Mal Dann gehen wir direkt Wieder erkunden Und ab in die Höhle Wir haben jetzt mal ein bisschen Bauphase gehabt Und dann kommt wieder eine Höhlentour Das machen wir mal im Wechsel Ich glaube das ist eine schöne Abwechslung Ne Ja Gut Runter mit der Waffe Runter mit Ja in der Waffe Warte ich muss sofort schießen Ah So ein Bogen Äh ne Wo ist der Bogen Hier ist der Bogen Das kriegen wir doch hin Wenn ich mal ganz kurz abspeicher Ich speicher auch Ja Mutantenrüstung Bitch Ja Auch oben War Oh fuck Ja Guck mal Guck mal Guck mal Eine Mutantenrüstung Null Null Jetzt hast du mir einen Null Dicker Ein Die Mutanten Guck mal Ja guck mal hier Du blöder Wichser Warum bist du so stark Weißt du Du wichst jetzt einfach so ein bisschen Mutantenrüstung um deinen Arm Und dann kriegst du keine Headshots mehr Was ist mit Apropos Warte mal Du kommst gleich bei den Knochen Pass mal auf Nein die Arme Oh sie ist dead Sie ist richtig dead Ah Peilsender und Pistole wieder Ja moin Hat sich richtig gelohnt Naja gut Lass mal Vielen Dank Vielen Dank fürs Zuschauen Oh Gott Digga Jetzt Eieiei Vielen Dank fürs Zuschauen Lass gerne ein Like Und ein Abo da Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Ja Was denn Tschüssi Ciao Ich will ihren Kopf in Gweg-Suppe verwandeln